Achso, damit das Blocken... Ach, alles klar. Entschuldigung übrigens. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Resident Evil 7 mit dem alten... ...oder Seven mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Ja, wir kommen hier nicht weiter. Ich denke mal, wir müssen wieder in den Keller. Das sieht nicht gut aus. Also, ab in den Keller. Ich mag nicht. Geh mal auf. Oh, das ist ja... Der geht auch so langsam. Hä? Ich geh gar nicht. Äh! Was nun? Kann gar nichts machen. Achso. Au! Warte! Warte! Ich drück... Ich hab gedrückt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Au! Ich kann sie hören. Ich kann fühlen, wie sie sich in mich zurückkämpft. Wer denn? Ach, raus! Lass mich in Ruhe! Ich mach Rüse. Ich verdiene das. Hä? Was zur Hölle bist du, Mia? Kontrollen. Alles wieder gut? Das ging ja super. Haben wir hier irgendwas? Ich muss jetzt gucken. Ich guck mal. Ist hier noch was schönes? Und das Telefon? Das kann ich brauchen. Das brauche ich. Ah, hier. Schubfach. Nächstes Mal. Ich geh. Das war doch eben noch tot. Hallo? 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 Hilfe? 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 Zoe? Left 4 Dead. Okay. Mach zu. Äh, leg auf meine ich. Dachboden. Wir brauchen den Dachbodenschlüssel. Hä? Hä? Was? Wie? Die ist bestimmt weg. Ja, sag ich doch. Die nehm ich mit. Habe ich die auf 1? Ja. Kommen wir nicht zu. Ah! Hä? Ah. Wir können speichern. Wir gucken jetzt hier nochmal. Ja, ist alles gut. Ja, ist alles gut. Ist auch alles gut. Was ist denn hier? Warum ist denn hier nix drin? Was soll das? Und die Lampe? Oh! Hehehehe. Da hat die mich voll durch die Tür hier. Das war die vernagelte Tür. Was war denn das? Eine Bibliothek? Aua, aua, aua. Hier war das Bad. Ist hier noch was... Aber jetzt ist alles weg. Aua, aua, aua. Ich habe nur noch einen Heiltrank. Ich traue mich gar nicht jetzt hier... Es lädt nach. So, jetzt. Gut, äh... Da oben war auch ein Speicherpunkt. Gott sei Dank. Wir sind jetzt hier wieder im Haus. Mir fehlt die Sicherung nach wie vor. Die wird jetzt natürlich woanders sein. Also, ich könnte oben speichern gehen. Und ich habe einen Bolzenschneider. Ich könnte... Kann man hier eigentlich... Nein. Kann man... Äh... Ja. Ich mit dem Bolzenschneider könnte ich mal in den Schrank da hinten reinschauen. Der da... Beleuchtet wird. Da oben brennt auch Licht. War das vorher auch? Ich haue das Bild... Ich würde sagen, ich speichere erstmal. Ich hoffe, dass mir hier nichts passiert. Wir müssen hier eh nach oben. Äh... Einspeichern. Neue. Ja. So. Jetzt habe ich erstmal gespeichert. Trip, 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 Trip. Trip, Trip. Die Bilder wiederholen sich auch. Das kennen wir. Hier liegt nach wie vor nichts. Der gegrillte Vogel. Halt bis dicht scheint die Bude ja noch zu sein. Wir gehen jetzt erstmal hier hin. Äh... Achso. Ich muss... Ich habe mich irritieren lassen. Ah, die Sicherung. Geht die Axt eigentlich denn auch weg? Ach, das sind meine Waffenplätze? Kann ich... Schließwunden. F. Okay. Taps... Äh... Das sind denn zusätzliche... Sonst wäre die Axt ja da unten drinnen. Zum Dachboden gehen. Ja, ich weiß. Ich gehe ja zum Dachboden. Können wir hier vielleicht nochmal gucken? Nur mal so. Über den Dachboden müsste es gehen. Ja. Wir müssen dann... Dachboden gehen. Aber ein richtiges Laufen ist das hier auch nicht. Habt ihr das gesehen? Da war die Kuh! Ich glaube, die will er auch nicht mehr als Freundin. Würde ich auch nicht wollen. Müssen erstmal die... Ist jetzt was drin? Legt mir doch mal was rein! Sind jetzt hier endlich Wodopop? Nein. Na gut. Setzen wir die Sicherung ein. Äh... Die... Hübsch, ne? Aaaaah... Äh... Äh... Was denn nun schon wieder? Was denn nun schon wieder? Aaaaah! Zieh den Scheiß raus! Was? Mama! Hätte ich... Hä? Kann ich irgendwas machen hier? Nee, ich kann nix. Sie geht wieder, ne? Werde auf! Ich verspreide! Und... Alles wieder alleine! Hier fehlt ne Haaaand! Und ich blute! Wolf, okay? Steck sie da rein! Kann ich irgendwas machen? Ich will jetzt nicht... Ich mach nochmal, bevor ich jetzt die Treppe runter lasse... Ich glaub, die ist da hoch. Mach ich mal... Einen neuen Speicherstand? Der Speicherstand ohne Hand! Ist ja eklig! Es hat aufgehört zu bluten! Ich hab keine roten Blutstropfen... Äh... Ich hab keine roten Blutstropfen... Also... Ja, hier geht's rein! Da liegt noch ne Videokassette! Ich geh erstmal hier rein! Die Wand ist auch zu! Häh! Munition! Heilung? Die will ich haben! Mh! Okay! Gut! Ist aufgeladen! Zielen! Angriff! Warte mal! Und man kann sich bewegen beim Zielen? Gut! Mal um zu gucken, ob noch irgendwo was drin ist... Was ist das denn hier? Ach, das ist ein Werkzeugkoffer! Wir haben... 16 Schuss, wenn ich mich nicht verzählt hab! Hier war nix weiter, ne? 16 Schuss! Ah, das geht glaube ich hier drüber schneller, ne? Wir müssen auf den Dachboden! Aus der Demo wissen wir ja... Hier ist nochmal Munition! Wir haben... Jetzt haben wir 19 Schuss! Ich mag gar nicht weitergehen, da ist der Dach oben! Die kommt wieder! Dichter! Ich hab die Hoffnung... Für ne Speichertaste! Wahrscheinlich kommt die erst... Wenn ich... Da die Leiter hochgehe... Und zieht mich denn runter oder nicht? Erstmal gucken wir hier, ob die Tür aufgeht! Die geht auf! Die geht auf! Hier sind nochmal Kisten! Warte, langsam, langsam! Ah, hier ist was! Noch mehr Munition! Wie viel haben wir jetzt? 39! Oh, das ist gut! Ist hier irgendwas Wichtiges rausgeflogen? Ne, ne? Okay! Kann ich eigentlich jetzt nochmal speichern gehen? Bevor ich die Treppe hochgehe? Wir probieren's mal! Also mit Treppe meine ich natürlich die Leiter! Ja! Ich hab ja sonst keine andere Möglichkeit hier zu speichern! Sonst ist es ruhig, ne? So, dann wollen wir mal gucken! Oh, ist das hübsch! Sie sind minimal überschärft, aber das ist wahrscheinlich mit Absicht! Die ist nachgeladen, ne? So, dann gehen wir mal die Leiter hoch! Ah! Ihr hört es, ne? Ah! Kann nix sehen! Ah! Zwei! Ich nehm erstmal bisschen Abstand hier, so ist gut! Schieß sie auf die... Oh! Sie zählen auf mich! Sie zählen auf mich! Sie zählen auf mich! Ah! Ich hab da ausversichtlich! Ah! Scheiße, scheiße, scheiße! Der läuft ein bisschen langsam! Der läuft ein bisschen langsam! Ah! Ich will jetzt nicht angerufen werden! Hallo? Bleib stehen! Oh! Bleib stehen! Schnelle! Oh! Ah, Mist! Wer läuft wie ein alter Opa? Jetzt ist sie aber! Erholt man sich wieder? Ich weiß es nicht! Also einfach über den Armstumpf! Okay! Äh... So! Kann ich die Säge nehmen? Ah! Wichse! Au! Ich hab deine Spuren gesehen! Willkommen in der Familie, Junge! Aha! Das ist ein Erfolg! Na! Da bin ich mir aber nicht so sicher! Das ging ja nochmal ganz gut mit mir! Hä? Wo geht's denn jetzt lang? Ich krieg mal eine Hand wieder! Die ist noch im Inventar! Könnt ihr mir die mit Voodoo Zauber wieder heranzaubern? Aber Voodoo Zauber ist eigentlich für was anderes! Trink mal was kurz! Augenblick! Wer denn? Ich? Hä? Habt ihr das gesehen? Die haben die Hand drangetackert! Und ich hab ne Smartwatch! Geil! Gibt's die dann umsonst so als Trost? Wer speichert wieder? Bin ja mal gespannt! Wo... wo bin ich? Was zur Hölle? Aufgemacht, Schlafmütze! Zeit fürs Abendessen! Wer... wer sind sie alle? Wo ist Mia? Ist das? Es ist gut! Der erkennt gut nicht mal, wenn man's ihm unter die Nase reißt! Ah! 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 Geh mir aus dem Weg, Marguerite! Der Junge muss was essen! Er muss sein Abendessen haben! Komm her, Junge! Los jetzt! Komm schon! Komm schon! K... Nein! Er ist es nicht! Er ist es nicht! Der ist es nicht! Es hat das für ihn gemacht! Was? Du bist ein Mistkerl! Ich glaube nicht, glaub nicht, ja, er ist es nicht, er ist es nicht. Das soll ein ganz besonderes Festmahl sein. Komm her, Junge. Verdammt noch mal. Ich wette, es ist wieder dieser Koch. Verdammt. Was hat er da eben gemacht? Nein, was ist hier los? Die Oma ist tot. Oma Ingrid! Ich will hier weg. Ich kann aufstehen. Ich kann nicht aufstehen. Ich bin umgefallen. Meine Hand ist wieder dran. Die ist wieder dran. Es hat gespeichert. Ich will einen Spiegel. Ich will einen Spiegel. Ich will wissen, was der gemacht hat. Spiegel? Spiegel? Kann ich hüpfen? Nein, ist kein Spiegel. Was ist das? Der Umfeld der Abgrund. Clive O'Brien. Drei Männer auf Erkundungstour vermisst. Die Staatsbehörde bittet um Mithilfe. Drei Männer ausfindig zu machen, die am 9. diesen Monats von New Orleans zur Gemeinde Dalvi oder Dulvi reisten und seitdem unaufindbar sind. Bei den Vermissten handelt es sich um Peter Walken, André Stickland und Clancy Javis. Die drei produzieren Videos für das Internet und waren nach Dalvi gereist, um Videomaterial für ihre aktuelle Produktion zu drehen. Ihre Videos behandelten hauptsächlich die Erkundung von verschlossenen Häusern und Spukhäusern. Ja, wollen wir mal eine Mucke auflegen? Was ist hier drin? Haben wir die noch? Alles weg. Oh. Hier ist noch eine Kommode. Ah, toll. Ich will mein Zeug wieder haben. Arschlöcher. Was ist das? Nikos Hardware. Siege, Seil, Tierhalsband. 20 Tierhalsbänder. 4 Seile, 1 Säge. Hä? Da kann ich nichts lesen. Dies weiß ich nicht. Die geht auf. Gut, okay. Oh. Jetzt ruckelt es aber ein bisschen, ne? Hakelig. Nein. Hier auch. Da geht's runter. Interessant. Ich hätte gerne meine Waffe wieder. Papa. Aha. Jetzt wird's ein bisschen doof. Ich hab hier jetzt extreme Frame-Einbrüche. Vielleicht hat sich das jetzt auch aus-experimentet. Ich mach hier mal einen Stopp. Und dann schauen wir beim nächsten Mal weiter. Ich denk mal, ich werd mal vielleicht mal neu laden oder so. Na, wir schauen mal. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.